So! Da sind wir wieder, ne? Mit einer Icarus, der dreht gerade eine Runde. Gesunde Runde. Was ist denn das da unten überhaupt? Ja, schauen wir mal kurz. In der letzten Folge haben wir ja das ganze Dorf aufeinander genommen. Okay, das ist schon ein anderes Gebiet wieder. Es geht uns nichts an. Wir machen das da. Ich denke dann das da, ne? In dieser Folge. Oder wir machen auch noch ein paar andere Sachen. Wir gehen zuerst hier hin, synchronisieren die Scheiße und dann ab die Reise, ne? So. Da können wir ja nichts mehr holen. Ah, hier, danke schön für die Kohle. Und ab geht's. Okay. Man muss KZ befreuen. Äh, naja. Tschüss darf. So. Das KZ kommt da. Zack, 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 zack. So. Bling, kling, kling. Gibt's nichts. Okay. Bling, bling. Wo soll er? Ja, was denn? Ja, komm raus. Und wir sind fort. So. Haben wir das KZ befreit, ne? Das haben wir ja nicht so, ne? Ja. So. Ah, KZ. Ah, KZ. Zeiturus. Bam, 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 bam. Hoch, 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 hoch. So. Machen wir gleich, ne? Den unseren Aussichtspunkt. Da oben. Hm. Aha. Aufs Arztatel müssen wir. Okay. Da kommen wir drauf. Da ist ein Stein. Stock und Stein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja. So. Na, siehste. Dicke D.C. Was ist das jetzt? Der Scott hat Gebirge oder? Tja. Okay. Gryzen, Gryzen. So. Grüß. So ein Dars entdeckt wieder. Der Stritzi. Der macht uns nur Arbeit, ne? Nur Arbeit, 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 Arbeit. 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 Adelheit, ne? Aber jetzt, so. Schauen wir dorthin. Und dann 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 dorthin. So. Putin. Okay. 13, 13er. Quest. Okay. Jetzt könnten wir eigentlich uns ausdaben hier eigentlich, ne? Wenn das ein 13, 13er Gebiet ist. Und dann vielleicht halt noch hinten arbeiten. 14er. Ja. Pro. Aber wir sollten ja auch die Quest weiter machen, ne? So. Der für ein Level. 11. Den könnten wir killen. Wir machen unser eigenes Ding hier. Okay. So. Runter da. Cassandra. Aue. So. Wo ist denn unser Ziel? Haben wir das jetzt markiert? Ja. Das ist hier. Entlang. So. Cassandra. Lassen wir heran da. Pferdchen. Kling. 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 Okay. Da unten sind schon. Okay. Okay. Ne. Du. Nicht gut. Cassandra ist schon stehen geblieben. Sehr gut. Wie immer. Kling. 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 Wie immer. Kling. Mas haben wir uns verletzt? Kling. 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 Was ist denn der Hund jetzt von mir? Geh weg! Schaschnig! Danke fürs Leder! Ich hab dich! Ich hab dich! So. Wie haben wir denn das Scheiße da? Was hast du denn da oben versteckt von mir? Okay. Mal gucken. Hat nicht tappt. Zack. Durchsuchen. So, wie schaut's da aus? Was ist das? Okay. Weiß... Käfig. Okay, warte mal. So. Okay. Sind doch einige. Mehr. Als gedacht. Das ist irgendwie so eine Grenze, ne? Nachtposten. Da gibt's schon einen Loot für mich. Das tut gut. Eine Schatzkiste von zwei. Okay. Fickt euch, ja. Mal locker. Wenn ich der Beste bin. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wo ist denn der andere? Alter. Das ist ein Bogenschiss. goeisch. Der Arsch. Die wollen wir eigentlich töten oder so. Ich weiß nicht, ne. Kassandra, reiß dich zusammen, Alter. Aufheben, aufheben. Werde dich gekillt? Ich nicht, oder? Die sind so umgefallen, ne? Wie ich sie angeschaut habe, einfach. Aha, Stoß, Stehne. Stoß. Stehne. Wir gehen mal looten, bevor wir die befreien. Ich auch noch. Ja. Auch nichts Neues, ne? Malaka. Alter. Müssen wir die befreien haben? Servus. Ist der Asthma, Asthma hat er, ne? Wahrscheinlich. Kollege. Ja. Die könnten wir auch killen, ne? Wo ist denn der andere? Da hin? Die könnten wir vielleicht niederschlagen, noch. Hä? Hä? Malaka. Malaka. So. Haben wir das erledigt? Den Außenposten da. Und wir laufen... Hier hin, oder? Ja. Das war der Plan, ne? So. Nicht verfügbar. Na, sorry. schreie. Ach. Schreie. Schreie. Möh böh, möh. Möh böh, möh. Mal locker, Uida. So. Schlaf nun, Meister Betz. Schlaf. Schlaf mal ein bisschen. Danke. Was? Ist jetzt noch einer? Was ist denn mit euch, Alter? Was ist denn mit euch, Alter? So. Hör da. Hör da, Fell. Danke. Ist mein Pferd, Alter. Wir sind jetzt im Aushalten da. So aggressiv leid immer. Und hier rein. Haben wir da? Haben wir da nix? Haben wir da nix? Nein? Haben wir nicht? Wolf hat ihn da hinten. Hier, Schürtel. Wo ist denn? Wo ist denn Cassandra? Hallo. Mikros nicht verfügbar. Warum nicht? Warte mal. Über den Wolken muss die Freiheit nur grenzenlos sein. Da 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 da. Okay, mir schaut schon Ärger aus, das Lager. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Gib's mir, gib's mir. Ein Totenkopf, Fuzzi, Alter. Ja, lag mich doch. Komm schon. Juhu. Juhu. Tschüss Koch. Hi. War das Bordscher in Kambodscha? Komm schon, komm. Komm ja nicht näher. Ich geh schon. Warte mal. Wir sind Veteranen. Och, pass auf Cassandra. Veteranen. Und los geht's. Die kommen von hinten. Hier wird alle sterben. Hier wird alle sterben. Hier wird alle sterben. Ich weiß nicht, den Typen da macht mir ein bisschen Angst. So. Wo ist denn deine Schwachstelle bei euch? Warte mal. Meditieren. Warte mal. Na. Schönes Gebirge, ne? Die Gebirge. Lager der neuen Wege. So. Das blaue Licht. So. Da kommen wir rauf. Das schaut irgendwie safe aus. Schwierig, ne? Warte mal. Ist der Typ eigentlich noch da? Ne? Der ist abgehauen, ne? Ist ja gut. Der Elite hat er. So. Oh. Von da kriegen wir violettes Zeug. Geil. Oder? Okay. Der schaut gut aus. Was haben wir hier? Okay. Okay. Für die zwei Könige. Ja. Okay. Warte mal. Ich muss mal da... Okay. Kommt her. Hoppala. 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 Jetzt hab ich nicht aufpasst. Entschuldigung. Nein. Du stirbst! Hoppala. Jetzt hab ich nicht aufpasst. Entschuldigung. So. Ich bin unterfähre Kämpfer. Hoppala. Oh. Füß. Ich will nicht Mude werden. Ich bin nicht Mude. Kassandra, beeil dich. Ich meine eins mit dir. Ja, eins. Krieg und Frieden? Wir finden ihr Versteck schon noch. Dabei, dabei. Eie, das ist doch ein bisschen stressiger als gedacht. Irgendwas zu sehen? Nope. Horche, horche, horche. Okay, es sind zwei hier. Das ist machbar, ne? Der Typ ist wieder da, ne? Der Elite-Fuzzi. Das ist jetzt nicht so sexy. Wenn der sich damit einmischt, dann ist es vorbei, ne? Da, ich scheiß auf euch. Es wird nicht besser, ne? Via locker. Ja, ja. So, mal locker. Ist der Elite-Fuzzi jetzt noch da? Der macht immer eine Kontrolle, ne? Irgendwo hin. Irgendwo fliegt der immer hin? Ah, fährt? Nein. Ah, Dingens. Dingens. Du weißt schon, ne? Wo ich geh und steh. Tut mir der Schädel weh. Ja, ist was Falsches. Wenn ich das mach, dann... ...wird das nicht so richtig ausgeführt, wie ich das will, ne? Ja, richtiges Malak heißt das wieder. Hau-Ruck? Kassandra, Hau-Ruck, habe ich gesagt. Hau-Ruck. Und das... Was hast du hier zu suchen? Für die zwei Götter! Fick dich. Lieg! Das ist wieder unfair. Das ist wieder unfair von euch. Was bist denn du für einer überhaupt? Ich werde dich einklauen, wenn du zur Party. Ich werde dich einklauen, wenn du zur Party gehst. Ach, was? Du, schnitt... Ach, schnitt so. Aua! So. War's das jetzt, der Burschen? Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Wie gewohnt, wie gewohnt immer. Ah, der liegt noch immer schön. Dann hast du schon gemordelt, ne? So, das Katze, lass mal da. Ein schönes Lager zum Blinden, ne? Oh, Katze. Du war... Ich war nicht hier. Du war nicht hier. Der Geist. Durchsuchen. Hup. Hup. Durchsuchen. Hup. Sie... Sie... Sieh... Glas. Na... Glas. Glas. Hup. V Without Glass. Aufheben. Hup. Was ist denn das da? Da oben. Und durchsuchen. Und somit haben wir den Ort abgeschlossen. Sehr nice. Lager der neuen Wege. Eliminiert. So, Kassandra, es gehört uns. Was machen wir jetzt mit den eigenen Pferienparadies? Oh, jetzt kommt er. Ist das da? Achso, das ist unser Pferd, ne? Kann nicht gerufen werden. Da war ja irgendwo der Elite-Fuzzi, ne? Unterwegs noch. Das ist zu krass da, das Dorf. Wir schauen dorthin, oder? Das nicht, oder? Ne, bist schon richtig geil drauf, ne? So. Schon richtig geschwächt, das Ganze, ne? Mhm. Die Malakas hier haben wir noch nicht so richtig ausgerottet. Hier sind wir auf einem guten Weg, ne? Warte mal. Spähe Lager, das haben wir schon. Okay. Warte mal. Warte mal. Ah, der Flieg und Sieg. Es ist soweit. Und der Kampf für Gerechtigkeit. Warte mal. Da hinten. Okay. Ist ja ein bisschen zu weit. Fort. Weg. So. Icarus. Du kleine Nuss. Hm. Was ist da? Wer rettet denn da? Das ist ein Hirsch. Der Platzhirsch. Ne? Ist schon wieder weg. So. Da hinten ist unser Schiff. Ja. Ich sag, ne? Das Gebiet haben wir soweit abgefrühstückt. Ne? Schaut's aus. Wupp. Wupp. So geht das, ne? Wupp. Wollen wir denn die genug fertig machen? Ja, mach mit denen auch noch fertig. Dann wird das komplett auseinale genommen. So. Da. Schnauze. Schnauze. Auch EXP. Hoppata. Hoppata. Bist du am Schlafen? Ui. Danke schön fürs Leder und die Färbel. Geile. Irgendwas hat er markiert jetzt da, ne? Unser Icarus. Was ist denn das da? Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg dorthin, ne? Wir mischen auf im Frauenhaus. Yippie, 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 yoo. So. Bam bam bam. Dankeschön. Haben wir noch Kopfregelder hinter uns? Nein. Gar nicht. Ist ja krass, ne? Krasses Scheiße. Das ist schon grenzwertig da, ne? Das Gebiet, warte mal. Ja, wir könnten so, dann so und dann machen wir uns die Runde so, ne? Wie sie uns gefällt. Oder? Noch das da. Das daneben, ne? Komm. Fuh, 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 fuh. Prudyloops, so. Rett dir. Ge dir. Los jetzt, fähr! Kann man da hin, so normal? Und jetzt müsste es gleich Stress kriegen, wieder so. Servus. Los! Los! Wo sind die Wölfe? Der greift dich jetzt an, der Wolf? Fuh, Ella. Was ist denn? Komm schon. Das ist, das ist deine Töle. Okay. Ach du Scheiße. Das sind ziemlich starke Viecher, ne? Uuuuh. Los! Oh, rüber. Oh yo 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 yo. Wir sind doch voll in den falschen Gebieten, ne? Die Gier. Die Gier nach Synchronisation, weißt du? Boah. Okay, schaff da. Hopp! Cassandra, was machst du denn? Check, check, check. Check your booty. Check your booty. Oh, darf man jetzt rauf? Danke. Pferd. Geht. Warte mal, sind das alles feindliche, oder? Oi, 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 oi. Über 13 sind das. Okay. Ja, ist geil. Ist machbar. Aber es sind auch ein paar Elite-Futzis da. Das ist natürlich semi-geil. So. Wappala. Auf wieder. Und synchronisiere. Die Karuste in Einsatz. Sehr schön machst du das. Oh, ja. Das ist richtig geile, sexys Schenkel. Sind sie auch geschmackig. Schnellreisefähigkeit. Fug dir freigeschaltet. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Das ist ein anderes Gebiet, oder? Warte mal. Verdammt. Schnellreise. Warum ist denn da noch einer? Hm. Na ja, ein bisschen was haben wir schon aufgedeckt, ne? Von der Riesenkarte. Alter Schwede, ey. Ja, ein Schwammerl, Alter. Und dann zum Schluss ist es gar nicht mehr so groß, ne? Nee, 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 nee. Ist das auch ein? Na, das gehört dazu. Okay. Dann können wir gleich das anstatten, das. Das ist der Shit, da musst du mit. Ich hab' nur Pfeifen. Habt ihr keine Drogen im Kopf? Äh, wie? Ika- Äh, Ella heißt das Pferd, oder? Ella, Ella sagt er immer noch. Immer schneller. Sie sind hier. Sie sind hier kaputt. Aufsetzen, aufsetzen, aufsetzen. Und Ika-Russ fliegen wir runter. Zack. Zack, 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 zack. Uschruss, nirch. Ich nirch, deine Sprache sprech. Okay. Was ist denn hier los? Okay. Okay. So. So, ein lustiges Läutchen. Na, servus. Viert die. Hm, Fußspuren. Was bei allen Göttern? Ja, das ist... Bitteschön, recht freundlich. Dankeschön. Oh, je. Ich hab dich gewischt. Ja. Pfeiker. Ich auch. Ankel ist das. Warte mal. ich helfe dir gelöscht ich habe gelöscht ich habe geholfen alter alter stieb ein bisserl leider kassandra ist richtig auch drauf lukas antike tafel haben wir gefunden sehr gut bling bling das ist wahrscheinlich da oben drin lass los kassandra so ist fein so musste sein einen kleinen schatz haben sie versteckt einen schönen helm haben bekommen und wir haben den einsamen durm abgeschlossen sehr gut und das haben als nächstes an der agenda und da haben wir wieder einen 35 dem wollen uns nicht anlegen und bedingt ich würde sagen wir gehen wollen die richtung die bergkette entlang so sind die gott ist das geil okay los kassandra ich brauche ein leder und gerne bergsteigen das geht ziemlich hoch auf das andere fälle hoch hinaus So. Na gut. Ja. Flickert auch nicht. Warte mal, ich geh raus starten. Vielleicht haben wir da was. Wie soll er etchen? Zum catchen? Ne. Irgendwas eigentlich. Also der Verwirrte, ne? Den muss man befreit haben. Hinten schaut sehr interessant aus. Ne. So. Richtig geklettert die Folge wieder, ne? Aber wir nehmen ja alles mit, ne? Was das Spiel so bietet. Weil, wie viele Leute waren hier schon oben, ne? Null. Nein. So. Dann machen wir schon mal ein Foto. So. Die Kasse ist so her. Dann so. Dann geht's nach unten. Irgendwie drehen, bewegen. Ablegen. Ah, ah. Abgleichen, so. 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 Na. Das ist halt empfindlich, das Kacke. So. Auto machen. Nein. Kann man es auch? Ah. Richtig geil, ne? Dann noch eins. So. Schein haben wir das gemacht. Ah, und weiter geht's. Wilde, wilde Fahrt. An der Bergkette, warte mal. Kann man uns ein Pferd holen? Ja, sicher. Ja. Der ist halt ewig. Ewig, ne? Relativ ewig. Wenn die schon da. Ja. Wir müssen da runter. Ruhig, ruhig. Da gibt's echt nix. Anderen Berg, den Blöden. Ist echt traurig, ne? Was ist denn das da hinten wieder? Für ein Lager? Da. Da runter müssen wir, ne? Na. Reiten wir halt runter, ne? Ella. Ella von Sinn und komm. Hopse. Komm schon. $0 Some. Wolfsbau entdeckt. Ok. Der Alpha Wolf müssen wir killen. Wo ist dieser Alpha Wolf? Wo working? The cave. Aha. Der Vogel ist ja richtig genial, ne? Der hat einen vollen rinkenden Blick. Was ist denn? Was machen wir dann mit dir? Was machen wir mit dir? Ja, Alfie. Warte mal. Das ist ja eine Falle oder so, ne? Warte mal. Komm her, komm her. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Sehr gut. Was ist denn da schönes? Was macht sie mit denen? Was ist denn du schönes? Oh, Wolf-Zahn. Hey, hallo. Ich bin's, der Wolf-Zahn. Begangen ist nicht mehr ausgegangen, ne? So. Naja. So, Kartl-Sahn. No-Kastl-Sahn. Können wir das machen? Dann machen wir ein richtiges Zick-Zack-Ding. Hey. Sind die richtig... Aua. Ja. Gart der Bauer, ne? So, was haben wir denn da? Schönes. Schaut ja cool aus, oder? Komm nicht weiter ran. Warte mal. Geht das wort? Nein. Jetzt ist das Discord-Milie drin. Ah, U-Play. Unschart. F2. U-Play. Art. F2. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. So. Hoppala, das tut weh, Mädel. Au. Schaut's doch nicht raus. Komm, wir haben bald ein Level ab. Jawohl. Wir mischen ja alles auf, ne? Grab mal das... Es scheint mir nicht klug zu sein, Titios zu huldigen. Schließlich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich. Foto mal los. Zzt. Zzt. Na? Na? Komm nicht. Ah, jetzt. Was ist denn? Pass an. Ich brauche ein bisschen Kopf. Neigen. Unsere Neigung. Neigen. Hm. Was gibt's da noch? Umkreisen. Wir haben ja wirklich an alles gedacht, ne? Zoom. Schärfe. Schärfentiefe. Okay. Haben wir keine? Belichtung. Hoppala. Mann. Schaut denn die Kassandra jetzt aus? Na super. Achso. Wir müssen es kennen nochmal. Die Bude. Okay, zwei Wachen. Schauts Kiste. No. Okay. 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 Hier ist jemand. Scheiß jemanden. Ne. Verpisst's euch. Ich will jetzt eben wohl... Ich will ja ausforschen. Das ist scheiße. Oh, naja. So eine Elite-Reiter noch dazu. Steintafel. Hier ist ein Hirschkäfer. Ja, anscheinend sind das nur... Oh, zwei, ne? Zwei, zwei, zwei. Fai, fai, fai. Okay, das ging jetzt nicht aus. Warte mal. Okay, ein Kill. Und den Fallen Killen. So. Dann schilte ich mir hier weg, da. So. Aua. Scheiße, ihr Mann da. Erwin. Geh weg. Kassandra, mach keine Scheiße. Scheiße, weg. Scheiße, ich krieg dich. Nicht. So. Das war wieder eine knappe Partie. Warum sie nicht immer so stark sein? Weiß ich nicht, so. Mehr jetzt. Waschgeirger. Wie schmeckt ich das, Evan, oder? Verwenden, Kacka. Wir müssen den in der Mitte kriegen. Na. Der haut dir wieder übertrieben rein, ne? Ja, Feuer. Wie ist das hier fies von euch? Versteck mich da. Nein, 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 nein. So. Verarscht. Latrine. Dein Glück hat mich verlassen. Jo. Das Glück hat mich verlassen. So ein Schiss. Scheiße. Also nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Ach mit Allah. Es scheint mir nicht klug zu sein, Titios zu huldigen. Schließlich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich. So ein Scheiß. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du Psycho-Elch. Du Psycho-Elch. Elch. So. Nochmal markieren. Junge. So. Schatz, Schatz, Schatz. Vorne muss ja auch irgendeine sein. Da ist er. Auch ein Schatz. Wo ist denn das? Ah, ok. Okay. Haben wir jetzt alles. Ok. Wir starten vorne. Stöckchen. So viel Zeit muss ja. Steinchen. Fussi. Was hab's denn hier da? Ein Schatz für mich. Danke. Ich würde so übertrieben gross, ne? Auf die Hotelnose ein bisschen rumtrampeln. Ah, ok. So. Wie schaut's aus? Ja, für... Filma. Filma. Ok. Ich bin sicher, dass du kämpfst. Weiter. Du den scheiß Schutt weg, oder? Tschüss. Ah, so muss man das machen mit den Tüten. Hoppala. Hoppala. Danke. Hihihi. Ich bin überrascht, wie lange du durchhältst. Ich auch. Puh. Müssen wir mal verschnaufen. Achso. Arschgeil. Hoppala. Und los geht's. Ich hatte mir mehr erhofft. Und los geht's. Ausweichen, Sandra. Ausweichen. 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 Hoppala. Kassandra. 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 Wäre da aber ordentlich rein, ne? So, Kollege. Komm, Hatsu. Ausweichen, ausweichen. Was macht der Hirsch da? Hirschi, was machst du da für Sachen? Ich hab mal Titus fertig gemacht, aber so. Fußspuren, Fackel auf ihm. Hui, ich hab ne Fackel. So hab ich das gemacht, ne? Und, ja. Ich sag, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.